Die polnischen Streitkräfte erhalten 1.700 Fly-Eye-Drohnen, die als eine der besten Aufklärungsdrohnen der Welt gelten. Fly-Eye ist eine Entwicklung des polnischen Unternehmens Bobe Electronics. Das unbemannte Luftfahrzeug entspricht den NATO-Standards und steht auf der Liste der besten Aufklärungsdrohnen der Welt. Sie kann bis zu 11 Kilo Nutzlast transportieren und verfügt über Mittel zur Abwehr von elektronischer Kriegsführung. Die Drohne hat einen Kommunikationsradius von bis zu 180 Kilometern und kann eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometer erreichen. Sie hat eine maximale Flughöhe von 3000 Metern. Fly-Eye benötigt weder einen Startplatz noch eine Startbahn. Der Start erfolgt von Hand. Polen bestellt 425 unbemannte Luftfahrtsysteme, da heißt 1.700 UR. Bobe Electronics wird bis 2035 alle Fly-Eye-Drohnen in der neuesten Version an die polnischen Streitkräfte ausliefern können. Frei-Eye-Drohnen! Verteidigung!